Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dara. Spreadshirt hat ein neues Vergütungsmodell eingeführt. Ein Vergütungsmodell, was zu heftigen Diskussionen geführt hat. Ich möchte in diesem Video versuchen, etwas nüchterner zu analysieren, was hat es damit auf sich, vielleicht warum ist das Ganze eingeführt worden und was sind die Konsequenzen daraus. Gehen wir das Preismodell mal zusammen durch und analysieren, was es so ein bisschen damit auf sich hat und warum so eine riesige Diskussion darüber entstanden ist. Allein unter diesem Beitrag hier gibt es 165 Kommentare. Der Beitrag ist überschrieben mit Einfach mehr Designs verkaufen das neue Preismodell für den Marktplatz. Das klingt ja gar nicht schlecht. Einfach mehr Designs verkaufen, wer möchte das nicht? Was hat es konkret damit auf sich? Ab dem 2. März führen wir neue Preismodelle für den Marktplatz ein, dann erhältst du für jedes verkaufte Design eine feste und faire Vergütung. So verkaufst du in Zukunft einfach mehr Designs. Mit Einführung des neuen Vergütungsmodells wird es einen einheitlichen Designpreis für jeden Produkttyp geben. Du erhältst zum Beispiel in Deutschland eine feste Vergütung von 6,50 Euro für jeden verkauften Premium-Hoodie und 3 Euro für jedes Standard-Shirt. Und auch für jeden anderen Produkttyp haben wir auf Basis einer detaillierten Marktanalyse für jede Domain den optimalen Designpreis berechnet. Okay, ich muss zugeben, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh... Das ist heftig. Bis jetzt war es so, dass man seine Verkaufspreise frei wählen konnte. Das heißt, ich zum Beispiel habe immer 8,50 Euro, 9,50 Euro, 10, teilweise 11,50 Euro pro Verkauf bekommen. Und die Masse, die man verkauft, sind natürlich Standard-Shirts und das ist jetzt fix und zwar 3 Euro. Dazu 3 Euro sind nur die halbe Miete, weil da geht auch noch Umsatzsteuer weg. Also eher 2,50 Euro ist der Nettoertrag, den man da rausbekommt. Das ist heftig. Von 6,57 auf 2,50 Euro, das ist wirklich ein ordentlicher Knick. Und daher verstehe ich erstmal den Unmut, den man hat, weil das ist wirklich heftig. Ab dem 2. März werden die Royalties de facto um 2 Drittel oder um 50%, 60% fallen. Jetzt möchte ich das Ganze aber nicht nur jetzt eine Hastriade auf Spreadshirt loslassen, sondern ich glaube nicht, dass Spreadshirt böse ist oder den Designern irgendetwas Böses möchte. Deswegen möchte ich das jetzt gerne etwas genauer mir angucken. Und zwar haben wir hier erstmal, ja für jeden Produkttyp gibt es jetzt einen optimalen Verkaufspreis. Das sehen wir hier zum Beispiel in Deutschland. Das Männer Premium Shirt auf dem Marktplatz gibt es 4 Euro. Das Standard Shirt sind halt 3 Euro. Das Männer Bio Shirt mit V-Ausschnitt sind halt 5 Euro und so weiter und so fort. Und ein Premium Hoodie gibt es zum Beispiel 6,50 Euro. Nun verkauft man primär die Shirts hier für 4 und 3 Euro. Daher ist es schon ein ordentlicher Knick nach unten. Darüber hinaus ist es so, dass das Ganze auch in den unterschiedlichen Ländern unterschiedlich bepreist wird. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel mal rausgesucht für Spanien den Teil. Da kriegt man jetzt im Selbstgestaltenbereich 2,50 Euro pro Design. Und ansonsten ist das hier alles ein bisschen weniger. Männer Premium Shirt 3 Euro, Männer T-Shirt nur 2,50 Euro. Das heißt, es ist nicht überall so, dass man 3 Euro bekommt. Achso, im deutschen Bereich gibt es für den Selbstgestaltenbereich 3 Euro pro verkauftes Shirt brutto. Wohl bemerkt. So, jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Warum ist das Ganze gemacht worden? Und zwar, das sind deine Vorteile. Das ist das tolle Neue für die Designer. Und zwar, mit dem neuen Vergütungsmodell wirst du also mehr verkaufen. Dafür musst du nicht mehr viel tun, als kreativ sein und deine Designs hochzuladen. Den Rest erledigen wir für dich. Klingt ja erstmal nicht ganz schlecht. Mit unseren optimierten Designpreisen für über 150 Produkttypen bist du in 18 Ländern bestens für den Wettbewerb gerüstet. Okay, bis jetzt war es so, ich hatte auch 150 Produkttype, war in 18 Ländern aktiv. Und ob ich ein Shirt für 3 Euro verkauft habe oder für 8 oder 9 Euro, muss ich sagen, das hat man kaum einen Unterschied gemerkt. Also, das ist nicht unbedingt was Neues jetzt. Wer schon ein bisschen länger bei Spreadshirt dabei ist, der hat das sicherlich auch mal ausprobiert, mal viele Designs bei 3 Euro einzupegeln und mal für 9 Euro. Es macht kaum einen wirklich großen Unterschied. Man verkauft nicht wirklich mehr Designs für 3 Euro. Von daher hat man die Preise halt einfach so hochgesetzt. Da verdient man einfach deutlich mehr. Mit unseren umfangreichen Marketingmaßnahmen profitierst du von jeder Menge Besucher auf unseren Marktplätzen. Okay, ja, Spreadshirt macht eine Menge Werbung, aber das macht es bis jetzt auch schon. Also, da ist jetzt nichts neu dran. Mit vielen neuen Produkten erschließen wir gemeinsam für dich und deine Designs neue Käufergruppen. Okay, es gab auch bis jetzt regelmäßig neue Käufergruppen, neue Produkte. Von daher sind diese drei Punkte jetzt nicht wirklich neue Vorteile, kann ich da persönlich nicht erkennen. So, jetzt kommen wir aber zu den Punkten, wo Spreadshirt erklärt, warum man das Ganze so macht. Und zwar nehmen wir ein Beispiel. Weil ein Panda-Design so hübsch ist, setzt du den Designpreis auf 9 Euro. Das habe ich auch häufiger gemacht. 9 Euro ist ein gängiger Preis. Gibt Preis. Ein einzelner Sticker mit deinem Design würde inklusive Versand nun über 10 Euro kosten. Egal wie hübsch, zu dem Preis schaut sich der Kunde woanders nach einem Panda-Sticker um. Und du verlierst womöglich deinen ganzen Warenkorb. Zusammen mit den neuen Designpreisen werden wir unser Sortiment um neue günstige Produkte erweitern. So gewinnen wir neue Kundengruppen. Und du verkaufst vielleicht nicht nur den Panda-Sticker, sondern auch noch eine passende Tasse dazu. Das ist eine Sache, die erscheint mir definitiv logisch. Das ist im Vergleich auch zu anderen Plattformen war Spreadshirt da einfach unfassbar teuer, muss man sagen. Ich meine, man verkauft zum Beispiel auf Redbubble sehr, sehr viele Sticker und Tassen und so weiter. Aber da hat man halt eine sehr viel geringere Marge. Ganz einfach, da verdient man mit dem Kauf von einem Sticker vielleicht einen Euro oder einen Euro 50 oder sowas. Und mit einem T-Shirt halt seine 5, 6 Euro. Bei Spreadshirt war das immer schon ein bisschen anders, weil es halt nur diesen einheitlichen Designpreis gab. Also du konntest nur einen Preis festlegen für ein Design. Ich möchte für dieses Design 9 Euro haben. Und dann ist das immer auf den Basispreis von Spreadshirt oben drauf gekommen worden. Jetzt ist meine erste Reaktion gewesen, wieso übernimmt Spreadshirt das nicht? Spreadshirt könnte doch genauso den Weg gehen wie Redbubble zum Beispiel, dass man einstellen könnte, okay, wenn ich für einen Sticker möchte ich halt nicht 9 Euro haben, sondern vielleicht nur 1 Euro Marge oder bei einer Tasse oder sowas, bei so einem Button oder so, so könnte man etwas das Ganze individueller gestalten und so wären auch Sticker durchaus attraktiv. Weil ich muss zugeben, die Produkte, die ich verkaufe bei Spreadshirt sind in der Regel, naja, Shirts, Hoodies, Spreadshirts und sowas. Also eher Produkte, die etwas teurer sind. So die ganz kleinen Produkte, die ich zum Beispiel in großer Menge bei Redbubble verkaufe, verkaufe ich auf Spreadshirt de facto gar nicht oder nur ganz, ganz selten. So, also mein Gedanke, wieso ändert Spreadshirt das Ganze nicht so, dass man jedes Produkt einzeln bepreisen kann. Also ich möchte für Standardshirt 5 Euro haben, für ein Hoodie 10 Euro, aber für einen Sticker halt nur 1 Euro und für eine Tasse vielleicht 3 Euro. Das wäre ein guter Kompromiss meines Erachtens nach. Ein weiterer Vorteil des neuen Vergütungsmodells ist die psychologische Preisgestaltung. Indem wir bestimmte Preisschwellen unterbieten, werden wir besonders preissensitive Kunden erreichen. So wird es das Standardshirt in Zukunft für unter 20 Euro geben. Angebote wie diese werden mit unseren Marketingmaßnahmen offensiv bewerben und so den Traffic auf unseren Marktplätzen in den verschiedenen, unterschiedlichen Verkaufsländern steigen. Okay, und das erklärt jetzt wieder so ein bisschen, warum man das nicht machen möchte. Und zwar, wie erkläre ich das? Also gehen wir mal aus Kundensicht vor. Und zwar, Spreadshirt schaltet sehr viel Werbung. Nehmen wir an, man hat nun den nächsten Malle-Urlaub gebucht und möchte halt, okay, hat den Urlaub gebucht und auf einmal ploppen überall die Werbebanner von Spreadshirt auf mit Malle-Shirts. Das heißt, man drückt da drauf und will sich ein tolles Malle-Shirt raussuchen, sieht aber, oh verflucht, das kostet 28 Euro oder 30 Euro. Wir sind aber zu 5, 150 Euro für 5 Shirts für ein paar Tage. Oh, vielleicht kriege ich das woanders günstiger. Wo geht man hin, wenn man irgendwas kaufen möchte? Man geht natürlich zu Amazon, gibt das bei Amazon ein Malle-Shirt 2020 oder sowas und sieht vielleicht das gleiche Shirt und noch eine viel größere Auswahl vielleicht an Produkten zu einem Preis von 15 Euro, 18 Euro oder 20 Euro. Gut, wenn ich sowieso 5 Shirts kaufe, kaufe ich da teuer bei Spreadshirt ein. Ich habe zwar einmal bei Spreadshirt auf den Werbelink gedrückt, aber da kann ich es auch bei Amazon machen. Da habe ich noch die Prime-Lieferung, da zahle ich auch keine Versandgebühren, also gehe ich doch lieber zu Amazon. Und das ist genau die Sache, die Spreadshirt hier verhindern will. Ich glaube, Spreadshirt möchte nun mehr oder weniger Amazon-Konkurrenz machen, indem man, wenn man auf die Werbeanzeigen einmal draufdrückt, und dann sieht man, okay, jedes Shirt kostet von mir aus, jedes Standard-Shirt kostet 19,99 Euro, na gut, das ist vielleicht eher eine Preisspanne, wo man sagt, okay, das kaufe ich direkt. Da gehe ich jetzt nicht erst gucken, ob es irgendwo bei Amazon günstiger ist. Das ist in Ordnung für mich. Unter 20 Euro ist immer so ein Preis für ein Shirt. Ja, man kennt es bei Amazon, unter 20 Euro ist eigentlich kein Problem, die Shirts zu verkaufen. Aber bei 29 oder 30 Euro für ein Shirt, da wird es schon kritisch, da muss es schon etwas Besonderes sein. Und wenn es dann nur so ein Shirt ist, vielleicht für einen Tag, das muss jetzt auch nicht Malle sein, Männertag, irgendein Event oder ein Geburtstag oder irgend sowas, da würde ich dann, ob ich dafür 30 Euro ausgebe, da ist die Qualität dann vielleicht auch nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern eher der lustige Spruch, der da drauf ist. Da gehe ich dann halt doch lieber zu Amazon und wenn ich das Shirt dort für die Hälfte des Preises bekomme, dann kann ich mir vorstellen, dass da sehr, sehr viele Verkäufe nicht zustande kommen, einfach weil Spreadshirt unfassbar teuer ist. So, das ist grundsätzlich der Gedanke dahinter, was passiert, den ich zumindest habe. Was passiert mit den Rabattaktionen? Und das ist, muss ich sagen, nochmal eine Sache, die nicht besonders prickelnd ist für die Designer, weil hier wird noch mehr Provisionen für die Designer eingespart. Also es gibt noch weniger Provisionen. Und zwar bis jetzt war das so, wenn es eine Aktion gab von Spreadshirt, alles ist um 10% reduziert, dann hat Spreadshirt das quasi getragen. Vom Basispreis von Spreadshirt sind einfach die 10% abgezogen worden. Jetzt wird das Ganze auch auf die Designer übertragen. Das heißt, wenn man jetzt, normalerweise kriegt man seine 2,50 pro Verkauf bei so einem Shirt netto raus, also 3 Euro minus Umsatzsteuer sind so in etwa 2,50. Und jetzt kommt noch, dass wenn eine Rabattaktion ist, das noch von deinem Anteil oder vom Anteil der Designer abgezogen wird. Das heißt, wenn es jetzt noch eine Aktion gibt mit 20% Rabatt, gehen von den 2,50 nochmal 20% weg, dann sind wir noch bei 2 Euro, dann hat man vielleicht noch ein bisschen Mengenrabatt. Wenn man ein paar mehr Produkte kauft, dann ist man ratzfatz noch bei 1,70 bei größeren Bestellungen, wenn gerade eine Rabattaktion ist. Und das ist natürlich heftig, weil das ist ansonsten nicht gemacht worden. Das heißt, man hatte auch bei großen Bestellungen, wenn halt ein Shirt 10 Mal verkauft worden ist, dann hatte man halt 100 Euro, was man an Vergütung hatte, 100 Euro Royalties. Und jetzt ist es halt, wenn es blöd kommt und es eine ordentliche Rabattaktion gibt, dann ist man halt jetzt bei 17 Euro oder 20 Euro. Also das ist schon ein wirklich, wirklich heftiger Einschnitt. Gehen wir weiter. Was ändert sich für die externen Marktplätze? Auch hier bei den externen Marktplätzen ändert sich viel. Was heißt das mal, externe Marktplätze? Spreadshirt-Listed-Designs auch bei Amazon.de, bei eBay.de, aber auch in Frankreich und ich glaube auch bei UK wird gelistet. Und da hat man eigentlich quasi, da ist sein Shirt auch noch bei Amazon gelistet. Und man kann da sehr ordentliche Verkäufe mit erzielen, wenn Spreadshirt halt das mal dorthin pusht. Das wird allerdings auch reduziert. Und zwar sieht man das hier hinten, externe Marktplätze, wie das Ganze runtergesetzt wird. Und das ist halt auch ein ordentlicher Knick, der da ist. Es geht sogar noch weiter runter, hier 2,55, zum Beispiel beim Männer-T-Shirt, wo man bis jetzt genau die gleiche Provision bekommen hat. Das heißt, wenn ich bei Spreadshirt.de 9 Euro bekommen habe und das sich über Amazon verkauft hat, hatte ich auch 9 Euro Einnahmen. Und jetzt geht es auf 2,55 brutto runter. Also das ist wirklich ein heftiger Knick. Was passiert als nächstes? Ja, wer damit nicht einverstanden ist, kann dem neuen AGBs widersprechen, verliert halt sein Account oder der Account wird geschlossen. Und man bekommt das restliche Guthaben ausgeschüttet. So, das ist der neue Vergütungsplan von Spreadshirt. Und ich muss wirklich sagen, als ich das am Anfang gelesen habe, dachte ich, um Gottes Willen, als ich jetzt ein kleines bisschen länger darüber nachgedacht habe, bin ich etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich den Unmut der Designer, die jetzt große Einnahmen oder wahrscheinlich auf große Einnahmen verzichten müssen, wo die Royalties minus 50, minus 60 Prozent ausfallen werden. Ich glaube, dass Spreadshirt diese Maßnahme nicht unbedingt freiwillig trifft. Spreadshirt ist halt aktuell, man könnte fast sagen, ein Premium-Anbieter. Ich habe das Beispiel mit den Malle-Shirts gebracht. Man zahlt halt für Spreadshirt 30 Euro für ein Shirt oder zumindest bei vielen Produkten oder ein Sticker kostet 10 Euro plus Versand, der auch nicht gerade wenig ist. Und was hat sich jetzt geändert? Warum musste Spreadshirt jetzt auf einmal reagieren? Ich meine, über die letzten Jahre hat das System ja wunderbar funktioniert, trotz einer immer größeren steigenden Anzahl von Designern, wo ich sicherlich meinen Anteil zu trage, hat das Modell sehr gut funktioniert, was es bis jetzt gab. Aber jetzt gibt es halt einen neuen Konkurrenten, einen neuen Player auf dem Markt und der Player ist nicht gekommen, um ein paar Prozente Marktanteil zu bekommen, sondern um den Markt aufzumischen. Und der ist jetzt seit etwas über einem Jahr auf dem Markt und zwar Emission. Emission ist nun mal der neue Player, der neue Platzhirsch im deutschsprachigen Raum, was T-Shirts angeht, was bis jetzt Spreadshirt war. Und jetzt hat das Spreadshirt letztendlich, das ist natürlich nur meine Vermutung, was hat das Spreadshirt für eine Möglichkeit? Okay, Spreadshirt wird wahrscheinlich genauere Einblicke haben in die Zahlen und wird sehen, okay, immer mehr Leute drücken vielleicht drauf, aber kaufen nicht. Und dann sieht man ja auch von der Webseite von Spreadshirt, wo gehen die Leute hin oder wo wird wahrscheinlich der Kauf dann zustande kommen? Natürlich bei Emission, wo man den Prime Lieferdienst hat, das heißt man zahlt nicht mehr Versandgebühren, der Versand ist schneller und man zahlt weniger. Natürlich gehen die meisten dorthin. Also, was konnte Spreadshirt machen? Man musste sich in irgendeiner Art und Weise positionieren. Und das hat man jetzt gemacht. Das ist der Versuch, Spreadshirt sich zu positionieren. Das Standardshirt für unter 20 Euro. Einheitlich ist auch für die Werbung sicherlich attraktiver, wenn Leute durch die Werbung kommen und sehen überall das Standardshirt 20 Euro und nicht das 20 Euro, das 28 Euro, das 25 Euro. Das verstehe ich auch, das ergibt durchaus auch Sinn für mich. Allerdings, was Spreadshirt damit versucht, ist, naja, Amazon Konkurrenz zu machen oder letztendlich so ein bisschen Amazon 2.0 in diesem Bereich zu werden. Und da bin ich sehr skeptisch. Da bin ich sehr skeptisch, ob das funktioniert. Es war abzusehen, dass das kommt. Als Emission den Markteintritt angekündigt hat oder als Sklaver Emission kommt, hatte ich ja auch ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, okay, wie geht es weiter? Und ich hatte die Befürchtung, dass Spreadshirt große Marktanteile verlieren wird. Und für Spreadshirt ist aktuell nichts wichtiger als der Deutsche oder der Dachraum, also der Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und dort greift Emission an. Dort ist man günstig, man führt immer neue Produkte ein. Dort greift man wirklich aktiv ein und da greift man de facto Spreadshirt an. Also Spreadshirt hatte kaum eine andere Wahl, als jetzt sich irgendwie zu positionieren. Geht man entweder in die hochpreisige Richtung oder versucht man Emission mehr so ein bisschen vom Preis her mithalten zu können und führt genau das ein. Und das ist letztendlich das, wofür sich Spreadshirt entschieden hat. Und ich meine, das ist jetzt nur der Anfang. Emission ist seit einem Jahr reichlich auf dem deutschen Markt wirklich aktiv. Was wird sein, wenn Emission auf dem französischen Markt kommt, auf dem italienischen, dem spanischen, den nordischen Ländern? Ach so, im UK ist man natürlich auch da, aber das ist der wichtigste Markt für Spreadshirt, ist nun mal der deutsche Markt. Aber was wird passieren, wenn Emission auch in den ganzen anderen Märkten aktiv ist? Das ist natürlich ein Frontalangriff auf Spreadshirt und Spreadshirt muss reagieren. Das ist für die Designer jetzt kritisch und da werden sicherlich viele Einnahmen hops gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass durchaus die Warenkorbgröße etwas höher wird. Also die Anzahl der Produkte im Warenkorb wird im Durchschnitt wahrscheinlich steigen und es wird auch mehr Verkäufe auf der Plattform geben. Aber ob das den großen Knick kompensiert, das wage ich zu bezweifeln. Weil wenn man jetzt, jetzt hat man irgendwie 6,50, 6,70, wenn man 8,50 haben möchte als Bruttopreis, also 6,50 hat man netto raus so im Schnitt und das Ganze fällt auf 2,50. Da muss man weit mehr als doppelt so viel auf einmal verkaufen und das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Ich glaube aber, dass es mehr oder weniger abzusehen war, dass dieses, das Spreadshirt sich irgendwie positionieren muss und diesen Schritt ist man jetzt gegangen. Spreadshirt wird das Ganze sicherlich einige Zeit ausprobieren. Von daher würde ich Spreadshirt auch erstmal, ich möchte Spreadshirt überhaupt nicht als Schuldigen darstellen oder irgendwie, Spreadshirt musste reagieren. Es gab keine andere Wahl. Aber wenn das Ganze sich nach wenigen Monaten zeigt, dass es keinen Sinn macht oder dass es nicht wirklich mehr Verkäufe gibt, dann hoffe ich, dass es ein Einlenken von Seiten Spreadshirt gibt und man dann das alte Modell wieder einführt. Aber ansonsten würde ich erstmal Spreadshirt ein bisschen Zeit geben wollen und okay, probieren wir es aus. Und ja, ich meine, es steht jedem Designer frei, wo man seine Designs ansonsten hochlädt. Ich weiß, dass es ein sehr emotionales Thema ist, weil da viele Designer leben davon, aber es ist leider so, dass die Zeit nicht stehen bleibt. Amazon ist da und Amazon geht auch nicht wieder. Von daher muss man sehen, wo man bleibt und genau so geht das Spreadshirt auch, nehme ich an. Das Ganze war natürlich nur meine Meinung, mich würde allerdings interessieren, wie du das siehst. Siehst du das komplett anders, lege ich komplett daneben, lass es mich gerne wissen. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zusehen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.